Innen des aktuellen 22 Grad, die Grad 26 Grad und in Klagefurt 28 Grad. Der Abend verläuft heute größtenteils trocken. Einzelne Regenschau sinkt aber unmöglich. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 10 Grad. Morgen Samstag wird es ein klassischer Sommertag. Sonnenschein mit heißen Temperaturen. Gegen Abend hinkt es noch ein paar Regenschau, die Bilder im Westen geben. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 31 Grad. Der Sonntag ist dann hier etwas wechselhaft. In Richtung Winzesdorf, zwischen Stadt Laubens, der Landstraße und Strasse. Dort braucht sie 10 Minuten länger und genauso auf dem Franz-Josephs-Key. Hin in Österreich gab es einen Unfall auf der A1-Westautobahn Richtung Wien, zwischen Lohsdorf und St. Molden-Süd. Dort ist der Überbruchstreifen gesperrt. Sie brauchen 15 Minuten länger. Und auf der A4-Reichtung Ungarn, zwischen Fischerment und Pogba der Leiter West, gibt es noch Bauarbeiten. Dort liegt der Zeit bloß. Und auf der A4-Reichtung Ungarn, zwischen Fischerment und Pogba der Leiter Westen, zwischen Fischerment und Pogba der Leiter Westen. Und auf der A4-Reichtung Ungarn, zwischen Fischerment und Pogba der Leiter Westen, zwischen Fischerment und Pogba der Leiter Westen, zwischen Fischerment und Pogba der Leiter Westen.